Es plätschert hier fleißig und ich komme ins neue Gebiet rein, hier bei Aragami. Bloß nicht ins Wasser, er kann ja nicht schwimmen. So, jetzt reden wir wieder. So, ein weiterer Talisman. Oh, hey! Der nächste Talisman ist nahe der inneren Mauern. Wir haben ja noch ein Stück vor uns. Ja, und ein Stück, ah, schreien brauche ich nicht. Ein Stück dauert ja hier immer ewig in Aragami. Deswegen, ups, gibt es hier auch Gegners? Ja, da ist einer. Kann ich hier hoch. Und dann darüber. Schön wäre es gewesen, ehrlich gesagt. Machen wir den mal direkt. Hoffe ich, dass das nicht mehr so dicht besiedelt ist hier. Wie das vorige Gebiet in der vorigen Folge, wo ich nämlich wirklich nicht gut vorangekommen war. Mann, warum bietest du mir denn hier nicht mal so eine Ecke an? Das kann doch nicht wahr sein. Ich will aufs Haus rauf. So zum Beispiel. Hihihi. Da kann man nämlich mal... Ach, da sind wieder diese Fallen. Da kann man nämlich mal ein paar Gegner markieren. Sind ja doch ein paar. Sniper ist am Start. Ich nenne sie einfach Sniper, ja. Man könnte auch Bobenschütze sagen. Und jetzt probiere ich tatsächlich mal den... Oh, nee, probiere ich nicht. Oder? Den Double Kill, wenn der andere weg ist. Kann man nämlich, wenn man schnell ist, machen. Wie ihr gesehen habt. Dafür habe ich sogar schon mal eine Errungenschaft bekommen. Das war aber leider zwischen den Folgen. So, dann gehen wir mal ins Gebäude rein. Und dann haben wir auch den erledigt. Sniper könnte ich wieder auf die Entfernung mal... Achso, jetzt nochmal schauen. Wo sind denn diese ganzen Extras? Da ist eine Schriftrolle. Und dahinter auch. Da gehe ich mal in die Richtung. Es macht doch immer nach... Nach eigenem Gusto... Macht es doch immer die Kamera. Na gut. Da ist einer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier unter mir einer ist. Da hinten ist auch einer. Ah, meine Güte. Okay, hier kommt... Die Schrift... Oh. Ihr seid auch wirklich überall. Scheiße. Scheiße. Ah, der hat schon gerufen. Ah, Pisser. Nein. Na gut, er verteidigt hier das Licht, ne? Oh, jetzt kommen die alle rein. So richtig rein kommen sie noch nicht. Sollen die alle um der Ecke kommen. Hoffentlich nicht allzu viele, weil ich bin dann doch nicht so... Oh, 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 oh. Oh, shit. Nein. Ach, wie schnell das wieder geht, Mann. Okay, ich hatte irgendeinen Check... Ne, ich hatte keinen Checkpoint. Keinerlei Checkpoint. Na, ist doch toll. Ach, wieder von vorne alles. Mann, ey. Das nervt mich langsam hart. Was denn jetzt? Komm. Wer läuft hier wo? So, ich hatte es vorher geschafft, da hochzukommen. Das war gar nicht so schlecht. Ich höre Schritte. Ich sehe Fuzzis. Warte. Ah, Mann. So. Da und da. Und im Gebäude ist einer drin. Ne, in dem Gebäude. Da. Und da hinten läuft einer. So, jetzt habe ich aber ein paar markiert. Da ist einer. Ganz weit weg. Den kriege ich noch nicht. Jetzt will ich, dass der hier nochmal rauskommt. Eigentlich könnte er mich sehen, ne? Wenn man sich so den Schatten anguckt. Hm. Hier war doch einer drin. Ich will nicht wieder den Double Kill. Oh, was ist denn das? Ich will nicht wieder den Double Kill machen. Oh. Ich will den Kill machen. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Die sind ja so blind, ne? Darauf kann man sich dann doch wieder verlassen. Okay, den hinteren zuerst. Zack. Ach, das hört er ja im schlimmsten Fall. Musste ich hinrennen. Dadurch hat er mich gehört. Aber wenn ich Glück habe, läuft hier kein anderer. Dann müsste ich die hier alle haben. Ja. Ach, guck mal. Da konnte ich gar nicht richtig durch. Ja, gut. Dann gehen wir wieder so. Bin ja bereit, meine Fehler zu wiederholen. Was für ein Scheiß. Ah, Mann. Sag mal, die sind aber aufmerksam. Ich bin doch hier auf dem Dach. Hey, hallo? Scheiße. Wehe, du trötest jetzt hier rum. Boah, fuck, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Ah, steck weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, hören tun sie immer noch nicht blendend. Wer läuft denn hier noch? Da drin läuft einer. Ich hole mir den, wenn er... Oh. Ich dachte, wenn er hier wieder langläuft. Okay. Das hat irgendwie geklappt. Wo ist die Schriftrolle? Die ist hier drin. Da kommt die nächste. Oh, hier ist wieder viel los, ey. Richtig viele Gegner. So, jetzt mach ich das nochmal vor. Uh. Ganz vorsichtig, wollte ich sagen. So, dann muss ich aber mal... Kann ich denn hier... Hier kann ich gar nichts machen. Muss ich mal deinen Laufweg kennen. Hier war doch gerade Schatten. Na ja, guckt der andere da, aber der guckt runter. Also Schatten erkennt noch daran, dass das ganze Bild so ein bisschen trüb wird, ne? Beziehungsweise so ein Auge zu... Oh. Mann, scheiße. Noch eins. Wie läuft der? Okay, dann... Hol ich ihn halt an der Ecke. Wenn's nicht anders geht. Der andere dreht sich auch gerade weg. Das ist ganz günstig. Der da vorne könnte ein Problem werden. Und gleich die Leiche beseitigen, bevor sie irgendwo runterrutscht oder sonst wie. Aufmerksamkeit erzeugt. Oh Mann, ey. Das ist alles nicht ohne. Geh ich da irgendwie anders rüber? Hier ist Schatten. Aber ob ich zu dem hinkomme? Komm ja noch nicht mal auf das Dach rüber. So komm ich rüber. Hier ist... Ne, hier war nur Schatten. Scheiße, weil ich mich grad... Weil ich grad Schatten erzeugt hab. Das ist natürlich... Das ist natürlich blöd. Jetzt komm ich nicht wirklich zu... Oh mein Gott. Ne, zu dem komm ich nicht rüber. Ich müsste den wegmachen. Ehrlich, das muss auch mal wieder sein. Hat der das gesehen? Hat's hoffentlich sonst keiner gesehen. Wenn ich Pech hab, guckt der jetzt zu dem rüber. Hm, ich glaub es macht er. Shit. Er guckt runter. Okay, sehr gut. Dann sieht den hier glaub ich keiner. Oh, ist das spannend, ey. Oh, da unten steht noch einer. Natürlich auch nicht so geil. Der hat was gehört, aber nichts gesehen, glaub ich. Hui, 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 hui. Den müsste ich mal noch markieren. Ach, der ist markiert. Das ist wieder durch meine Fähigkeit ein bisschen... Tja, ich muss in dieses Gebäude. Was hilft's? Und da komm ich... Wie eigentlich rein? Von unten, ne? So, der läuft jetzt. Läuft hier einer? Mhm. Kann ich den bitte markieren? Ja, kann ich. So, okay. Hier war doch grad... Oh, ich geh direkt hoch. So, und jetzt muss es aber unauffällig funktionieren. Oh Gott. Ich hab den doch extra schon markiert. Warum? Stell ich mich da so blöd an. Ah. Okay, ich bin schon auf der richtigen Seite. Oh. Hat keiner mitbekommen, bitte. Da läuft der untere. Okay. Und wenn ich jetzt das Licht schnibbel, hört das auch nicht. Hier muss man ganz schön ackern, um irgendwo zu einem Ergebnis zu kommen. Oh Mann, ey. Und wenn du einmal einen Fehler machst, ist alles futsch. Okay, wo ist der jetzt? Der ist weiter drin, oder? Nee, er ist direkt hier vorne. Oh. Jetzt hoffentlich nur der eine gewesen. Puh. Das kann ja auch jeder gefährlich werden, ne? Warte mal, hier drin war doch die Schriftrolle. Ja. Puh. So, kann ich mir denn schon was Neues kaufen? Nicht, dass ich schon alles andere mal angewendet hätte. Das war die Falle. Hm. Habe ich das jetzt schon aktiviert? Wann ist denn das passiert? Kunai, was war denn Kunai? Ach, das habe ich schon geräuschlos gemacht. Das ist, glaube ich, schon länger her, dass ich das gemacht habe. Niemand wird dein Opfer schreien hören. Okay. Aber es hilft ja nichts, wenn sie es dann sehen. So, wie kann man das denn hier aufleveln? Dass ich, äh, nicht hörbar bin. Der Köder explodiert, wenn sich ihm ein Feind nähert. Das ist natürlich praktisch. Dabei werden umstehende Gegner geblendet. Das ist ja optimal. Ich glaube, da sammle ich noch eine Schriftrolle. Bring an allen enthüllten Feinden das Zeichen des Aragami. Keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Also, ich sammle noch einmal. Okay. Das war jetzt die Schriftrolle. Dann... Gab es nicht da eine? Ja, dann gehe ich da noch hin. Dann habe ich es nämlich auch schon beisammen. Und dann kann ich mal den Köder probieren. Hä? Hier? Hier hinter? Oder im Haus? Oder wo? Das ist ja richtig mies. Hey, wo sink ich denn hier gerade rein? Äh, ich hoffe, das klappt. Ja, nicht, dass ich jetzt an dem Teil scheitere. Das ist genau hier drunter. Neun Meter? Welche neun Meter? Wo soll das denn sein? Gibt es da einen besseren Weg rein irgendwie? Schön wäre es ja, ehrlich gesagt. Äh. Schluss ist. Ähm. Ich versuche es mal aufs Gebäude. Warum? Geht das schon wieder nicht. So. Ey, haben die echt diesen Eingang hier hingebaut, ja? Das kann ja nie wahr sein. Okay, dann muss es jetzt sein. Und klappt jetzt hoffentlich. Oh. Oh. Das ist ganz schön eklig. Okay. So. Okay, dann werde ich das mal anwenden. Bevor es zu spät ist. Denn es kann sein, dass er mir... Oh Gott. Dass er mir das dann nicht speichert oder so. Ich weiß nicht. Mit viel Glück ist es jetzt gespeichert. So. Da steht einer. Jetzt ist aber noch der... Ehrlich, den... Den haue ich jetzt auch noch weg. Warum geht denn das nicht? Zu weit entfernt? Achso. Habe ich wieder keine Power gehabt? Hä? Ich habe doch diesen Angriff. Und ich habe noch einen... Einen über. Der ist zu weit weg, fürchte ich. Ich probiere es nochmal. Ja, ich drücke gerade die Taste und es will nicht. Okay, dann mache ich es, wenn er nicht hier hin zielt, mache ich erstmal den weg. So, kann man ja beobachten. Jetzt dreht er sich wieder hier hin. Dann hoffe ich, dass hier rechts links keiner steht, der das mitbekommt. Das weiß man ja immer nicht. Der zielt tatsächlich hier runter. Da dachte ich, ich höre höchstens, wenn jetzt hier irgendwo Schritt ist. Ach, hier kann keiner stehen. Da steht der, aber der sieht es hoffentlich nicht. Okay, sehr gut. Das dürfte klappen. Das dürfte klappen. Oh, ho, 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 ho. Oh, markiert und schnell weg. Oh, ho, 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 ho. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt schnappe ich mir den als nächstes. Ich muss irgendwie auf die andere Seite rüber. Ich denke mal, Schriftrollen hatte ich hier alle. Was hier drinnen ist? Nein. Hier in die Richtung passiert nichts mehr. Okay, ich brauche Power. Ich muss auftanken. Und dann ist hier, glaube ich, keiner. Zumindest habe ich hier auch noch keinen gesehen. Also, wieder an dem Ding irgendwie vorbei. Oh, oh, hier ist zu viel Licht. Hier komme ich. Doch, ich komme hier lang. Sehr gut. Puh, das ist spannend. Okay. Ah, gleich zwei. Boah, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Erstmal hier in der Ecke. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich würde ja gern mal diese Fähigkeit machen, aber wenn dann wieder alles futsch ist, ist ja auch Mist, ne? Ich muss hier hoch. Das ist doch gar nicht so schlecht, aber hier hört es dann gleich wieder auf mit dem Licht. Oh, hier ist... Äh, mit dem Schatten. Ich glaube, ich kann die beide machen. Wenn er mir nur einen anbietet, er bietet mir einen an, dann schaffe ich auch den anderen. Oh. Nein. Es ist vorbei. Ach, komm. Auftanken. Ich habe ja alles. Warum konnte ich denn... Ach so, weil da kein Schatten ist. Jetzt latschen die hier rum. Ich war bereit. Jetzt läuft er da rum. Ach, das sind die beide. Oder? Okay, dann jetzt den Double Kill. Nein, Mann. Ich bin extra ingerannt. Scheiße ist das. Ach, Mann. Nicht von vorne, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann, lass mich einfach in Ruhe, ey. Langsam keine Geduld mehr. Jetzt mal gucken, ob die Schriftrollen noch da sind. Die sind nämlich tatsächlich eingesammelt. Das speichert er zumindest. Oder merkt er sich in diesem Durchlauf? Oh, Gott. Ich bin ja... Ich bin ja ein Risikoplayer, was? So, das klappt jetzt aber, weil die dicht beieinander sind. Muss nur erstmal einen erwischen. Oh, mir reicht's mit euch echt. Das ist anstrengend. Ja, also dieser Double Kill, es ist vom Spiel nicht so wirklich vorgesehen. Muss man leider so sagen. Man kann's versuchen, aber... Geh doch mal da hoch. Ach, daneben nicht. Ja, man kann's versuchen, aber es klappt nicht unbedingt. Ach, hier kommt's ja überhaupt nirgendwo rein. Okay, das ist halt eigentlich ein... Bereich, den ich nicht mehr machen muss. Aber natürlich will ich wieder alle Gegner machen, ne? Oh. Da draußen läuft der andere. Meine Güte. Aber hoch muss ich auf jeden Fall, glaube ich, wieder wegen des Lichts, oder? Was war das überhaupt für ein Licht und für ein Durchgang? Wo steht er? Steht er wieder hier? Höh. Da legst du ihn nieder, so. Hat keiner mitbekommen. Darf keiner mitbekommen. Dann hatten wir doch noch Sniper auf dem Dach. Fällt mir gerade ein. Oh, Mann, ey. Hier hast du zu tun, echt. Ähm, warum geht das denn jetzt schon wieder nicht? Okay, es geht, es geht, es geht. So, das konnte man unauffällig machen. Das würde ich gern den schon mal wegmachen, ehrlich gesagt. Wer sieht mich denn da schon wieder? Der andere. Krieg's auch gleich einen ab, ey. Na, jetzt hat er's natürlich mitbekommen. Irgendjemand sieht's ja immer. Macht der der auch Alarm? Der machte nicht Alarm, ne? Ah, Leiche gefunden. Ja, er machte Alarm. Na, dann findet mich doch erst mal hier oben. Äh, äh. Ich weiß gar nicht, wer hier noch alles rumlief. Aber, sie zeigen sich jetzt zum Markieren. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Äh. Pff. Naja. Beruhigt euch wieder. Oh. Der guckt ja schon in meine Richtung. Das ist natürlich gefährlich. Okay, einen weiter runtergehen. Ei, ei, ei. Das möchte ich sehen, wie du mich hier kriegst. Wirst doch nicht hier hochlaufen wollen, oder? Ich hab grad Schritte gehört. Das war ein Problem, ehrlich gesagt. Ist hier noch einer irgendwie hochgekommen oder so? Da ist einer. Ne, der ist unten. Okay. Ist der hier reingelaufen? Oder hatte ich den noch? Ach, den hatte ich noch gar nicht, ne? Der hier drinnen. Doch. Oder nicht? Doch, den hatte ich hier. Jetzt läuft der draußen rum. Tje, tje, tje. Verrückt. Ihr seid zu zweit. Scheiße. So, was macht der andere für eine Kehrtwende? Der geht da rum. Dann kommt er vielleicht irgendwann hier an. Hier an, aber hier ist auch der Sniper. Was hat der denn hier grad hingeleuchtet? Frechheit. So, kommst du hier, läufst du einmal rum? Ah, ja. Okay. Dann, keine Ahnung. Warte ich mal hier auf ihn. Warum ist da ein Schatten? Den hab ich nicht geworfen. Okay, wenn der da um die Ecke kommt, kann ich mich da an die Wand klatschen. Und dann geht's los. Ach, der Sniper nervt. Ich muss das natürlich, äh, ich vergesse die ganze Zeit meine, meine Nahkampffähigkeit, die jetzt anders funktioniert. Das müsste ich mal langsam machen. Ich hab grad nix, ne? Ich kann keinen mehr abschießen. Den Sniper würde ich gern noch abknallen da oben. Okay, dann probier ich's jetzt nochmal hier. Äh. Hier ist keiner mehr. Jetzt ist ja auch kein Sniper mehr da, der irgendwie von da oben beobachten würde. Jetzt ist allerdings auf der Seite noch einer. Ich lass den mal so verschwinden. Hoffentlich kriegt er das nicht mit. Das ist dann nämlich die Schattentötung. Damit ich hier was Schönes für ihn hab. Geht schon wieder nicht. Ist es schon wieder zu weit weg? Das ist wirklich absurd. Gucken wir mal. Er zielt jetzt hier die ganze Zeit runter, oder was? Oder zielt er auch nochmal woanders hin? Okay. Hat funktioniert. Ich geh wieder hier rum. Das war vorher gar nicht so schlecht. Obwohl, was rede ich eigentlich? Das war mein Verhängnis. Aber egal. Da hinten ist noch einer. Den hab ich jetzt auch mal markiert. Tja, die sind leider so beieinander, ne? So. Zehn Minuten später. Ich bin wieder da, wo ich schon mal war. Aber diesmal darf ich nicht den riskanten Doppelkill machen. Ach, Mann. Wie schaff ich das denn bloß? Der fällt hier gleich wieder runter. Ich seh's doch. Nee. Hab keine Fähigkeit. Oh, 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 oh. Er ist zu weit weg. Er ist zu weit weg. Er ist einfach zu weit weg. Der andere kommt jetzt gleich wieder. Ich seh das. Okay, wenn der da hinläuft, hätte ich ihn ja echt von da holen können, oder? Da kann man ja noch hoch. Kann ich noch irgendwo hin, ist die Frage. Ach so, zum Sniper könnte ich auch mal hoch. Oh, na komm schon. Hier rein kann ich. Oh, vielleicht ist hier eine Schriftrolle auch. Hier sind Toilettenhäuschen. Nee. Hm. Ich will hoch. Ach komm schon. Machst du mich mal hoch jetzt hier. Ich hab keine Power, ne? Nix Power. Null Power. Null Power. Doch, ich hab Power. Okay, machen wir mal ihn weg, obwohl es keine Rolle spielt. Und dann scanne ich noch mal nach Schriftrolle. War das hier nicht? Ist hier keine mehr. Warte, was war da? Schreien. Da ist eine, okay. Geht schon wieder nicht. Okay, hier sitze ich auf dem Präsentierteller. Aber den mache ich weg, wenn er wieder zurückläuft. Das sind mir hier zu viele, ey. Na, den kriegt zumindest keiner mit, wenn ich ihn hier mache. Soll ich doch mal behaupten, zumindest. Oh, ich kann ins Gebäude rein. Alrighty. Hier ist doch zumindest... Ah, Mann, Speicherpunkt. So, da läuft auch einer. Gucken die sich an. Da müsste ich eher den hinten erwischen, was? Wird gern raus. Das war ja mein Gedanke, dass ich den... Ah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Warum gibt es denn hier nicht den Pfeil? Mal, das ist ein bisschen... Ach ja, Jens. Die gucken sich ständig an, Mann. Du hast nichts gehört. So, jetzt komme ich um der Ecke rum. Irgendwie so. Oder? Wo kann ich sonst auflauern? Da. Dann kriege ich ihn von hinten. Denke ich mal. Von der Seite sieht er mich hoffentlich nicht. Obwohl ich hier voll im Licht bin. Der andere... Ja, der soll sich mal raushalten, ehrlich gesagt. Ach, ich hätte wieder auffüllen können. Ich hätte... Ach, da vergesse ich immer. Meine Fähigkeiten auffüllen. Hä? Läuft der jetzt... Ne, der läuft woanders lang. Ach, hei. Okay, da muss ich... Ah, muss ich eine Möglichkeit finden? Ei, ei, ei. Was ist denn das hier schon wieder? Warum wollte er das nicht machen? Mann, no meter, echt. Da ist noch einer. Puh. Ah, stimmt. Da käme ich ja auch rum. Vielleicht übers Dach. Ich probiere es nochmal andersrum hier. Hier ist ja schon alles gecleared. Das heißt, hier kann man auch mal ein bisschen rennen. Oh, sehr schön. Und hier ist doch sonst keiner. Also, wenn der weg ist, schnappe ich mir den vielleicht von... Ne, ich schnappe ihn mir nicht von oben. Ich schnappe ihn mir mit diesem Nahkampfangriff. Damit ich eine Fähigkeit zurückbekomme. Hallo, wie sieht es mit meinen Punkten aus? Sammeln sie Punkte. So, Achtung. Schafft denn Tötung nannte sich das Ganze. Und es hat funktioniert. Bei dem hier wird es ein bisschen schwieriger, weil er ständig in Bewegung ist. Tja, schwierig. Vielleicht, wenn ich neben ihm stehe, kommt... Der kam hier raus, ne? Der kam hier ein Stück raus. Obwohl hier kein Schatten ist, aber dann mache ich mir halt einen Schatten. Einen tödlichen Schatten. Kommst du? Du kommst. Okay. Der guckt ja wohl nicht zur Seite. Sonst muss ich schnell sein. Oh. Der bistes Drachen. Da ist die Schriftrolle. Da gehe ich jetzt rein. So, das war mir noch wichtig. Oh. Ach, wieder so eine Nummer. Ups. Theoretisch sollte das ja funktionieren, aber man weiß ja, wie dieses Spiel funktioniert oder nicht funktioniert. Möp. Gehe ich hier wieder raus. So. Nochmal die Umgebung checken. Da waren Schreine. Da ist der Ausgang. Ich glaube, mehr war es. Nicht mehr. Ja. Okay, dann gehe ich mal da hoch. Ach so. Das ist der Ausgang. Gut. Alle Sammelobjekte gefunden. Mann. Curio war das als Erfolg. Als Errungenschaft. Das hat ja ewig gedauert, dieses Kapitel zu machen. Ja, aber dann doch erfolgreich. Nie entdeckt. Nicht alle Bedrohungen ausgeschaltet? Wer war denn da noch übrig? Ist ja sehr interessant. Naja, irgendwann will man auch durchkommen. Im Endeffekt sind es ja nur Punkte und eben Siegel. Mein Gott, das ist so für, ja, Komplettierer, ne? Ich will eigentlich nur alle Schriftrollen finden, damit ich noch alles freischalten kann. Ja, das war die heutige Folge. Etwas länger und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder im Kapitel 8, würde ich sagen. Also, bis dahin. Tschüss.